So, hallo, wir hatten gesagt, wir wollen in Richtung logisches Schließen gehen in der Prädikatenlogik und um das bewerkstelligen zu können, um irgendwie Algorithmen angeben zu können, müssen wir zunächst einmal Formeln vereinfachen können, damit wir nicht so viele Fälle angeben müssen, letztlich, weil wir faul sind und die Übersicht behalten wollen. Und natürlich, wenn die Algorithmen zu kompliziert sind, kann man auch nicht mehr verstehen, warum sie funktionieren. Um dahin zu kommen, also, um solche vereinfachten Formeln nutzen zu können, brauchen wir zunächst einmal syntaktische Umformungen, die wir bisher noch nicht gesehen haben und die möchte ich kurz einmal vorstellen in diesem Video. Also willkommen zurück, Markus Krötsch, Theoretische Informatik und Logik, TU Dresden. Los geht's. Formeln um Formeln. Wir hatten bereits, nee, da passe ich nicht hin, Formeln um Formeln. Wir hatten bereits gesehen in Vorlesung 14, dass, und auch als Video hier verfügbar natürlich, dass man prädikatenlogische Formeln umformeln kann, indem man Teilformeln durch semantische, äquivalente Formeln ersetzt. Das ist Ersetzungstheorem. Sehr intuitive Aussage. Und wir hatten außerdem gesehen, dass für die bullischen Operatoren, für die aussagenlogischen Jungtoren, wie wir sagen, die gleichen Äquivalenzen gelten wie in der Aussagenlogik. Also alle die Gesetze, die Sie schon kennen aus der Aussagenlogik, kann man auch hier anwenden. Und damit kann man schon eine ganze Menge Umformungen vornehmen. Es fehlt uns aber noch der Umgang mit Quantoren. Die Quantoren sind neu und zu denen gibt es schon noch einiges zu sagen. Also es reicht nicht aus, nur bullische Formeln hier zu betrachten. Was gibt es dazu für Äquivalenzen? Dazu möchte ich Ihnen erst einmal ein paar nur nennen, die hoffentlich relativ einleuchtend oder leicht nachvollziehbar sind. Zum Beispiel dieses hier. Die Negation einer Formel mit Existenzquantor ist äquivalent, semantisch äquivalent heißt dieses Zeichen, zu der Formel, die man erhält, wenn man ein Alquantor schreibt und dann die Negation reinzieht. Also das heißt, die Negation darf durch den Existenzquantor durchwandern, dabei wird er aber zum Alquantor. Ebenfalls passiert das beim Alquantor, dann entsteht ein Existenzquantor. Das sollte intuitiv sein, ja, also wenn ich sage, es gibt kein x, sodass f gilt, dann ist es das gleiche, als würde ich sagen, für alle x gilt f nicht. Und umgekehrt genauso. Kommutativität von Existenzquantoren untereinander und Alquantoren untereinander, da spielt die Reihenfolge keine Rolle. Es ist egal, ob ich sage, es gibt ein x und ein y oder es gibt ein y und ein x. Genauso bei für alle. Wenn ich sage, für alle x gilt, dass für alle y gilt das f, dann kann ich auch schreiben, für alle y gilt, dass für alle x gilt f. Ja, in jedem Fall gilt es für jedes Paar von x und y, ich habe nur die Auswahl in einer anderen Reihenfolge angegeben. Existenzquantoren, Alquantoren untereinander, ja, nicht verwechseln, nicht mischen, ja, nicht ein Existenzquantor mit einem Alquantor vertauschen, dafür sagen wir gleich nochmals, das funktioniert so nicht. Distributivität, der Existenzquantor verträgt sich mit der Disjunktion. Das ist etwas, was man sich auch leicht merken und erklären kann. Ein Existenzquantor ist ja so etwas wie eine Disjunktion. Wir sagen, es gibt ein x, das ist so, als würde ich sagen, entweder das erste x erfüllt die Formel oder das zweite oder das dritte oder das vierte. Also, natürlich ein bisschen seltsam zu sagen, das erste x, was soll das sein, ja, der Domänelement ist jetzt nicht unbedingt in der Ordnung verfügbar, aber Sie sehen, was ich meine, ja. Also, wenn ich sage, es existiert ein x, dann heißt das, es muss ein Domänelement geben, was die Formel wahr macht. Und das heißt, entweder das eine oder das andere oder das dritte und so weiter müssen die Formel wahr machen. Das heißt, das ist wie ein riesiges, möglicherweise unendliches oder, was durch dieses, den Existenzquantor hier ausgedrückt wird. Und das verträgt sich mit unserem kleinen Bullschen oder in dem Sinne, dass man, statt zu sagen, es gibt ein x, sodass f oder g gilt, auch sagen kann, es gibt ein x, sodass f gilt oder es gibt ein x, sodass g gilt. Das sollte auch intuitiv sein. Beim Alquantor funktioniert das Gleiche, der ist aber eher ein allgemeines und. Alle x müssen das erfüllen, das heißt, das erste und das zweite und das dritte und so weiter müssen alle das erfüllen. Und das heißt, wir können das hier so ähnlich machen, nur mit dem logischen und anstelle des und. Und auch das sollte hoffentlich intuitiv sein. All diese Äquivalenzen kann man beweisen und das können sie auch, behaupte ich, indem sie einfach die Definitionen der Semantik dieser verschiedenen Konstrukte nochmal nachschlagen und dann hinschreiben, was das eigentlich genau heißt, was da steht und durch einfache Umformungen dann so weit massieren, dass sie eine Form erreichen, die dem entspricht, was auf der anderen Seite herauskommen soll. Und dann setzen wir es wieder zusammen. Ich mache das mal in dem ersten Fall hier, falls es irgendeine Interpretation gibt und irgendeine Variablenzuweisung, sodass die beiden zusammen erfüllen, die Formel nicht existiert xf, dann bedeutet das ja nach der Semantik von nicht, dass die beiden nicht die Formel existiert, ein f, x für f, erfüllen sollen. Damit haben wir die Negation bearbeitet. Jetzt müssten wir den Existenzquantur bearbeiten. Das heißt, was bedeutet es, dass die beiden nicht den Existenzquantur erfüllen hier. Das heißt, es gibt kein Delta in der Domäne von i, sodass, wenn wir x mit Delta ersetzen, f erfüllt wäre. Das können wir jetzt sprachlich umformen. Also auf dieser Ebene können wir jetzt sehen, dass zu sagen, es gibt kein Delta, das gleiche ist wie für alle Delta gilt diese Beziehung nicht. Sonst gäbe es ja eins. Und dass das äquivalent ist, kann man leicht sehen. Nicht viel beweisen dazu, aber sollte klar sein. Okay, das heißt, ich habe jetzt eine Allaussage hier geschaffen auf dieser Ebene und die kann ich jetzt wieder logisch weiterverarbeiten. Und dabei nehme ich diesmal zuerst die Negation rein. Ich sage also, wenn das hier die Formel f nicht erfüllt, dann heißt es, es erfüllt die Formel nicht f. Das ist wieder eine reine Definitionssache und das, was jetzt hier steht, ist definiertermaßen das gleiche, als würde ich schreiben. Diese Formel mit dem Aläquantur ist erfüllt, weil ich hier habe, für alle Delta in der Domäne gilt, dass, wenn ich Delta einsetze, dann heißt das, ich kann auch alle x hier schreiben. Okay, so kann man das machen. Das ist einfach bloß expandieren und wieder zusammenziehen entlang der Definitionen. Also ganz mechanisch eigentlich. Es ist trotzdem ganz gut, wenn man das mal an ein, zwei Beispielen übt, weil man damit auch sich ein bisschen besser vergewissern kann, wie das funktioniert, wie die Definitionen überhaupt angewendet werden. Also wir definieren das ja nicht nur so als eine Erklärung. Also die Definitionen sollen Ihnen natürlich auch erklären, wie die Semantik definiert ist, aber die Definitionen sollen natürlich auch es erlauben, dass man mathematisch damit arbeitet. Und das ist jetzt hier so ein Beispiel, wo man mathematisch arbeiten kann, an ein paar einfachen Aussagen, um zu sehen, ob man mit den Definitionen arbeiten kann, ob die gut funktionieren. Okay, auf die Art kann man alle diese Fälle zeigen. Andere ähnliche Beziehungen wiederum, die auch so vergleichbar sein könnten und die man vielleicht glauben könnte, wenn man nicht viel darüber nachdenkt, gelten nicht. Nicht, davor möchte ich Sie insbesondere warnen, dass Sie die nicht fälschlicherweise annehmen. Es gilt zum Beispiel nicht, dass man Existenz- und Allquantoren miteinander vertauschen kann. Das kann man sich leicht klar machen, wenn man sich Aussagen damit baut und dann überlegt, was das bedeuten würde. Zum Beispiel, wenn ich diese Formel hier aufschreibe, dann heißt das, jeder hat einen Vater. Für alle x gibt es ein y, sodass hat Vater xy. Wenn ich dagegen die Quantoren vertausche, dann heißt das, es gibt ein y, sodass für alle x hat Vater xy. Das wäre, jemand ist Vater aller im Prinzip. Ja, es gibt einen Vater, der Vater von allen ist. Und das klingt schon fast ein bisschen religiös, wenn man das so sagt. Und erinnert mich daran, dass ich hier eine Anmerkung habe, nämlich zu Gödel wiederum, der religiös war, auch wenn nicht unbedingt einer ganz bestimmten Konfession zugehörig. Also seine Eltern waren Katholiken und Protestanten. Er wurde protestantisch erzogen, aber war selbst kein Kirchgänger, war aber ein ausgesprochener Theist, also ein Mensch, der an Gott glaubt und auch durchaus an den christlichen oder den der westlichen Religion. Er hat sogar versucht, das mathematisch zu beweisen oder philosophisch zu beweisen, mithilfe von Modallogik, der sogenannte Ontological Proof von Gödel. Russell hingegen, der ja auch schon uns begegnet ist, war engagierter Atheist und scharfer Kirchenkritiker. Er hat also 27, auch in der Zeit, Gödel's geschrieben, zum Beispiel einen Text, Why I am not a Christian, der im Übrigen zunächst in Dresden veröffentlicht wurde, als deutsche Übersetzung erstmals 1932. Also, Sie sehen, die Logiker waren sich auf philosophischer Ebene durchaus nicht einig. Mathematisch hat man sich aber schon, glaube ich, ganz gut verstanden dann, obwohl natürlich auch da einige Spannungen existierten in dieser Zeit. Ja, weil das, was Gödel letztlich entdeckt hat, nicht kompatibel ist mit dem, was Russell sich gewünscht hätte. Also zumindest in dieser Hinsicht kann man sagen, hat Gödel die Oberhand behalten, weil ich glaube, bei der anderen Frage ist die Mathematik nicht das richtige Werkzeug, um zu Ergebnissen zu kommen. Und das ist auch nicht das Wichtigste, für das wir Gödel heute erinnern. Ja, aber doch ganz interessant und kurios sich anzuschauen, wie also da argumentiert wird. Eine andere Sache, die nicht gilt, möchte ich Ihnen auch noch sagen, und zwar ist der Allquantum distribuiert nicht über der Disjunktion. Also das, was ich Ihnen gesagt habe, Existenzquantum verträgt sich mit Disjunktion, Allquantum mit Konjunktion, das stimmt, aber Allquantum verträgt sich nicht auf gleiche Weise mit Disjunktion. Disjunktion, man darf nicht aus für alle x, f oder g machen, für alle x, f oder für alle x, g. Kann man sich auch am Beispiel leicht überlegen, wenn ich schreibe, für alle x glücklich, x oder nicht glücklich, dann drücke ich aus, jeder ist entweder glücklich oder nicht, was eine Tautologie ist. Wenn ich dagegen schreibe, für alle x glücklich oder für alle x nicht glücklich, dann bedeutet das, entweder sind alle glücklich oder keiner, was offenbar keine Tautologie ist. Und also eine andere Aussage ausdrücken. Und umgekehrt gilt es auch mit dem Existenzquantum und der Konjunktion auf ähnliche Art nicht. Das passt auch nicht zusammen. Okay, also es gibt eine Reihe von Äquivalenzen, aber es gibt auch eine Reihe von Dingen, die sehr ähnlich aussehen, die keine Äquivalenzen darstellen. Und man sollte aufpassen, dass man es nicht verwechseln kann. Okay, jetzt wissen wir also, welche zusätzlichen Umformungen wir so nutzen können mit den Quantoren, zusätzlich zu denen, die wir schon kannten aus der burschen Logik. Und damit können wir jetzt anfangen, vereinfachte Formen für Formen zu konstruieren. Und eine sehr einfache, vereinfachende Form, die man gerne und oft benutzt, ist die sogenannte Negationsnormalform. Die hatten wir auch schon kennengelernt oder eine solche Form hatten wir auch schon kennengelernt für die Aussagenlogik. Und hier ist sie ganz ähnlich definiert. Wir sagen, dass eine Formel F in Negationsnormalform, kurz NNF, ist, wenn sie zum einen nur die burschen Operatoren und, oder und nicht enthält. Keine Implikationszeichen, keine Äquivalenzzeichen. Und zweitens Negation nur direkt vor Atomen auftaucht. Nirgends sonst. Das heißt also, Atome sind entweder Teil von einem Literal, was negiert wird, oder stehen für sich. Und das ist die einzige Verwendung für Negation. Ja, Formeln, die negiert oder nicht negierte Atome sind, nennt man Literale. Das ist das Gleiche, wie in der Aussagenlogik ich schon verwendet hatte. Und das ist der einzige Ort, an dem Negation hier erlaubt wird. Beispiele. Hier haben wir eine Negationsnormalform gegeben. Wir sehen eine Formel, in der Quantoren natürlich weiterhin vorkommen dürfen. Darüber, ach, das hatte ich nicht richtig vorgesprochen. Wir lesen ja, die wurden hier auch erwähnt, die sind auch erlaubt. Und die prüfen Operatoren, die erlaubt sind, kommen hier vor. Und Negation steht nur direkt vor diesem Atom, also ist auch okay. Das ist also eine Negationsnormalform. Das ist keine Negationsnormalform, weil dann das Negationszeichen vor einem Quantor auftaucht und nicht vor einem Atom. Das ist auch keine Negationsnormalform. Das erste innere Negationszeichen ist noch in Ordnung. Das steht direkt vor einem Atom. Aber das zweite äußere ist nicht in Ordnung, denn es steht vor einer negierten Formel, die kein Atom ist. Und das dritte ist auch keine Negationsnormalform, weil da ein Zeichen vorkommt, was nicht erlaubt ist. Okay, ganz einfach. Wie kommen wir jetzt zu dieser Negationsnormalform? Das ist relativ leicht möglich. Zunächst müssen wir, wenn so etwas vorkommt, Implikation und Äquivalenzzeichen ersetzen. Das können wir genauso machen wie in der Aussagenlogik. Diese Implikation wird durch nicht oder ersetzt. Die Äquivalenz durch eine zweiseitige Implikation zum Beispiel, also nicht f oder g und nicht g oder f. Und dann haben wir diese Zeichen entfernt. Müssen wir halt an allen Stellen der Formel machen. Und ab da ist schon mal diese Regel eingehalten. Aber was natürlich noch passieren kann, ist, dass dieses Negationszeichen zu weit außen steht, zu weit vorn steht in der Formel. Und um das zu beheben, kann man ganz einfach das Negationszeichen nach innen schieben. Und wie das geht, das definiere ich hier mit einer rekursiv definierten Funktion, die ich NNF nenne. Und das Ergebnis von NNF für eine Formel F ist für alle relevanten Fälle hier aufgeführt. Die ersten fünf Fälle betrachten nicht negierte Formeln. Also Fälle, in denen keine Negation außen steht. Die restlichen sechs Fälle betrachten Situationen, in denen Negation eine Rolle spielt. Und am Anfang vorkommt der Formel. Das heißt, für den Fall, in dem Negation das erste Zeichen ist, machen wir nochmal eine Fallunterscheidung danach, was als zweiter Operator kommt. Wenn dagegen nicht Negation am Anfang steht, dann brauchen wir nicht viel Wissen. Okay, wie funktioniert es? Wenn keine Negation am Anfang steht, dann bleibt die Struktur der Formel auf dieser Ebene erhalten. Und wir gehen einfach rekursiv auf die Teilformeln erster Ebene hier zurück. Also bei Atomen ist die Rekursion beendet. Also ein Atom bleibt einfach als solches stehen. Die Negationsnormalform von F ist F. Bei einer Konjunktion bilde ich die Negationsnormalform der beiden Konjunkte einzeln. Und bleibe dabei, die Konjunktiv zu verknüpfen. Dissuktion genauso, Existenzquantur genauso. Da wird die Negationsnormalform nur für das innere F gebildet. mit Alcantur genauso. Okay, die interessanten Fälle sind die mit Negation. Wenn ein negiertes Atom vorkommt, dann muss ich wieder nichts tun. Da endet die Rekursion. Das darf ja vorkommen in einer Negationsnormalform. Also nicht F bleibt stehen. Wenn eine doppelte Negation vorkommt, das heißt also, wenn eine Negation direkt vor einer anderen steht, dann lösche ich einfach beide und bilde die Negationsnormalform von dem, was hier noch übrig bleibt. Das heißt, auch das ziemlich intuitiv. Negationsnormalform von einer Konjunktion, einer negierten Konjunktion, bilde ich, indem ich im Prinzip die demorganischen Regeln anwende. Das heißt, aus Nicht-F und G wird Nicht-F oder Nicht-G. Und das, dann muss ich natürlich im Anschluss noch Negationsnormalformen bilden. Von den entsprechenden Teilen. Hier wichtig, dass man das nicht mit einbezieht natürlich, weil das ist jetzt vor das F gewandert. Kann ja sein, F ist zum Beispiel doppelt negiert. Dann muss ich jetzt hier was machen. Okay, aber ich bin in trotzdem eine Ebene-Type, weil ich habe jetzt diese Konjunktion schon dauerhaft in diese Disjunktion umgewandelt. Da wird nichts mehr rekursiv passieren. Bei Disjunktion genau umgekehrt. Da entsteht eine Konjunktion und die beiden Teile werden negiert. Existenzquantor und Alquantor, da verwenden wir die Äquivalenzen, die wir gerade kennengelernt hatten. Ein negierter Existenzquantor wird zum Alquantor und über der negierten Formel, die dann weiterhin in NNF gebracht werden muss. Ein negierter Alquantor wird zum Existenzquantor über der negierten Formel, die noch in NNF gebracht wird. Eine Menge Fälle, aber eigentlich ganz leicht zu merken und auch ziemlich leicht anzuwenden. Also das fällt in der Regel, wenn man es zwei, dreimal geübt hat, den Studierenden nicht schwer, das zu machen. Also man schiebt die Negationszeichen nach innen und manchmal ändert sich dabei die Polarität der Symbole. Gut, das also ist die Negationsnormalform. Wir brauchen noch ein paar weitere Umformungen im Verlauf dieser Videos, um zu den Formen zu kommen, die letztlich uns helfen für das logische Schließen. Und dazu möchte ich Ihnen noch ein paar Kleinigkeiten mit erklären. Eine offensichtliche, ziemlich triviale Kleinigkeit, aber die trotzdem nützlich sein wird für uns, ist der Fall von Quantoren, die nichts binden. Also ich quantifiziere über eine Variable, die in dem, was als innere Formel steht, überhaupt nicht vorkommt. Also offensichtlich gilt, es existiert ein xf, ist äquivalent zu f, ist äquivalent für alle xf, falls x überhaupt nicht in f frei vorkommt. Also wenn x hier nicht vorkommt, dann ist es auch egal, was ich mit diesem x mache. Und das wird keinen Einfluss haben auf die Bedeutung der Formung. Das heißt, das ist hoffentlich relativ offensichtlich. Quantoren, die nichts binden, kann man auch einfach weglassen oder als andere Quantoren schreiben. Das heißt aber, dass wir mit diesem Prinzip einige interessante Umformungen zulassen können, die sonst nicht möglich wären. Wenn nämlich x in f nicht vorkommt, dann kann ich zum Beispiel ein Existenzquantor über einer Konjunktion nach innen ziehen. Weil es an der Stelle nicht wichtig ist, was hier auf der f-Seite passiert. Also wenn ich hier sage, es gibt ein x, sodass f und g gilt und f enthält aber gar kein x, dann kann ich offenbar diese Existenzquantor auch vor g direkt schreiben. Ich kann ihn auch zusätzlich noch vor f schreiben, wenn ich mag. Das ändert auch nichts an der Bedeutung. Das heißt, es ist ein Fall, in dem wir über Konjunktionen und Existenzquantor was aussagen können. Umgekehrt, Allquantoren und Dysjunktionen funktionieren genauso. Und wir dürfen sogar Quantoren miteinander vertauschen, wenn sie sich auf Variablen beziehen, die keine Bedeutung haben. Also nicht alle von diesen Umformungen brauchen wir regelmäßig, aber manche davon kommen schon implizit an verschiedenen Stellen vor, wie wir sehen werden. Okay, also eigentlich was ganz Einfaches, aber es stellt sich als ganz nützlich heraus. Insbesondere, weil man diese Situation, dass nämlich eine Variable in einem Teil der Formel nicht vorkommt, oftmals künstlich gut herstellen kann durch Variablenumbenennung. Man kann nämlich durch Quantoren gebundene Vorkommen von Variablen einfach einheitlich umbenennen, ohne dass die Semantik der Formel sich ändert. Satz, ganz formal, sei also qxf eine quantifizierte Formel, q könnte jetzt ein e oder ein a sein, Existenzquantor oder ein Allquantor. Also sei y eine Variable, die nicht in diesem inneren Teil f vorkommt und sei f mit x geht nach y die Formel, die man erhält, wenn man alle freien Vorkommen von x in f durch y ersetzt. Ich muss hier vorsichtig sein, freie Vorkommen, weil es könnte ja sein, dass x weiter unten in der Formel f drin noch durch andere Quantoren gebunden wird. Dann ist das ein anderes x, da wird also was überdeckt. Das sollte ich nicht umbenennen. Ich möchte nur die Vorkommen umbenennen, die durch diesen äußeren Quantor hier gebunden sind. Dann gilt nach diesem ganzen Vorgeplänkel, die Formel mit qxf ist semantisch äquivalent zu qy mit f, wobei ich x durch y ersetze. Also mit anderen Worten, wenn ich einfach das x sowohl im Quantor als auch in der Formel selbst in ein y umbenenne, dann ist das immer noch die gleiche Semantik. Ich muss nur aufpassen, dass ich x nur an den Stellen umbenenne, wo wirklich dieser Quantor die Hoheit hat über das x und nicht irgendwo weiter unten, wo vielleicht ein anderer Quantor dazwischen vorkommt. Okay, es ist aber wichtig, dass die ersetzte Variable selbst nicht schon in f vorkommt, auch nicht gebunden. Das kann man am Beispiel sich überlegen. Wir betrachten die Formel g, die sagt wiederum, jeder hat einen Vater. Für alle x gibt es ein y, sodass hat Vater xy gilt. Wir können jetzt x in z umbenennen und dann haben wir eine semantisch äquivalente Formel, die sagt, für alle z existiert ein y, sodass hat Vater zy gilt. Benennen wir dagegen x in y um, dann steht dort für alle y gibt es ein y, sodass hat Vater yy. Und diese Formel drückt einfach aus, jemand ist sein eigener Vater. Denn dieser Teil hier, der äußere All-Quantor, der bindet einfach nichts. Dieses y hat dann keine Bindungswirkung mehr. Die y hier innen werden alle durch den zweiten Quantor gebunden. Und das heißt, die Formel bedeutet, es gibt ein y, hat Vater yy. Also das ist nicht erlaubt, muss ich aufpassen. Okay, aber sonst können wir Variablen relativ frei umbenennen. Und das wird sich als ziemlich nützlich herausstellen, wie wir in den nächsten Videos dann mal sehen werden. Heute möchte ich zum Schluss nur noch einen Begriff loswerden und das ist der der bereinigten Formel. Wir sagen, eine Formel f ist bereinigt, wenn sie die folgenden beiden Eigenschaften hat. Erste Eigenschaft, keine Variable in f kommt sowohl frei als auch gebunden vor. Zweitens, zweite Eigenschaft, keine Variable in f wird in mehr als einem Quantor gebunden. Also jeder Quanto hat eigene Variablen und diese in Quantoren vorkommenden Variablen kommen nicht außerdem irgendwo frei von. Das ist bereinigt. Und das Wichtige ist, durch die Umbenennung, die wir gerade erklärt haben, kann man jede Formel leicht bereinigen. Also in so eine bereinigte Form bringen, wobei man die gebundenen Variablen umbenennen muss. Ja, freie Variablen kann ich nicht einfach umbenennen, denn das ändert die Semantik, wenn auch auf eine vielleicht nicht essentielle Art. Aber konkret bedeutet es halt, wenn ich eine freie Variable umbenenne, dass eine Variablenzuordnung, die bisher vielleicht die Formel wahrgemacht hat, sie dann vielleicht nicht mehr aber macht, weil für die neu benannte Variable ja vielleicht andere Bindungen gelten. Das heißt, es verändert tatsächlich die Modelle der Formel, auch wenn das, was vielleicht dadurch modelliert wird, noch ähnlich ist. Also wir benennen immer die quantifizierten Variablen um, wenn es überhaupt frei gibt. Beispiel, hier eine sehr stark unbereinigte Formel. Für alle y gilt pxy impliziert, es gibt ein x, rx, ry, x und für alle y, qxy. Da kann man sich erstmal überlegen, was bindet hier überhaupt was. Ja, also das x hier ist gar nicht gebunden, das Äußerste, das ist frei. Der Alquantor bindet das y und dieses, dann kommt hier ein Existenzquantor, da bindet dieses x und auch dieses. Und dieser Alquantor bindet das zweite y. Ja, und das kann ich jetzt bereinigen, indem ich hier Umbenennungen durchführe. Das x hier benenne ich in z um und das y in v und dann sieht man viel besser, worauf sich hier alles bezieht. Okay, das ist Reinigung. Gut, das war's. Damit bin ich am Ende dieses Videos, um weiterhin in Richtung Algorithmus für logisches Schließen zu kommen. Also sprich, zur Resolution werden wir als nächstes uns dann Funktionssymbole nochmal auch anschauen und sehen, wie wir noch weiter umformen müssen, bevor wir Resolutionen durchführen können und dann das eigentliche Verfahren kennenlernen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Bis dahin. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Nein. Nein.